So, und da sind wir auch schon wieder. Hallöchen und willkommen zurück. Das Spiel ist immer noch auf Pause und wir machen jetzt ein Experiment. Ja, aus Gründen. Die, die beim letzten Mal dabei waren, die haben bemerkt, dass unser Experiment nicht funktioniert hat. Wir hatten versucht, Wassertemperaturunterschiede und die Bewegungen, die sich dann durch die Temperaturunterschiede ergeben, darzustellen. Also habe ich diesmal, dann machen wir das nochmal, in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Ich drehe das mal um in unser... Ich mach den mal groß, ja. Mach das mal. Also, Aufbau ist wie beim letzten Mal. Eine Zuganghalterung. Es gibt eine Zuganghalterung. Es gibt diesmal Veränderungen, leichte Veränderungen. Zum einen habe ich einen Thermometer. Mal gucken, was da passiert. Ich einfach nur aus Spaß da jetzt reingestellt. Und ich tue mal Wasser dazu. Und diesmal habe ich das Wasser wärmer gemacht als beim letzten Mal. Und es enthält Salz und dadurch eine höhere Dichte. Das Ganze, weil wir nämlich beim letzten Mal das Problem hatten, dass unsere Farbe einfach nur abgesackt ist. Und bei mir sogar noch schlimmer sich schön diffus verteilt hat von Anfang an. Das war kacke. So, also ist jetzt hier warmes Salzwasser in diesen Container, rohr als Auflaufform. Und ich tue... Und rechts ist ein Kühlpack drin. Genau. Hier ist ein Kühlpack drin. Und auf dieses Kühlpack tue ich jetzt warmes, leicht warmes, blau gefärbtes Wasser, um diese Kälte zu visualisieren. In der Hoffnung, dass das halbwegs ganz gut drauf ist. Und sollte es auch einfach nicht mehr bewegen. So, ich mach das jetzt einfach mal. Wir haben ja ein bisschen Platz zwischen den Dingen. Ein bisschen weiter nach vorne hier. Man sieht also, wie sich blaues Wasser absenkt in dieses Salzwasser. Ich tue das mal auf der Seite. Mal gucken, ob das genug ist. Ich kann noch später weiter dazu was machen. Und dann nochmal genauso warm rotes, rot gefärbtes Wasser auf der anderen Seite. Auf der Seite, die nicht gekühlt wird, quasi auf der warmen Seite. Ja, auf der warmen Seite. Okay, ja, das sieht man, das sieht man deutlich. Ja, okay. Ja, mal gucken, was sich so tut. Ist das jetzt auch Salzwasser, das Rot, oder ist das... Ne, das ist einfach nur Wasser. Also leichter. Trotzdem unten. Trotzdem unten. Oder? Bei mir sieht es aus. Ja. Ich glaube, es war zu viel Druck in meiner Kinn... Ja, ich glaube, das darfst du nur so reintropfen. Ja. Ich versuche nochmal so zu tropfen, ob du oben was hinkriegst. Es hatte übrigens Miriam, heißt sie, ne? Diese Adventskalender macht, die hatte sich nämlich bei uns gemeldet aufgrund und hat uns so ein bisschen Verbesserungstipps gesagt mit dem Experiment, was wir eventuell falsch gemacht haben könnten. Ja. Wenn, äh, äh, Inga, wenn du es immer nur hinkriegst, dass was aus der Spritze rausspritzt, dann halt es doch mal über das Wasser gegen den Glasrand. Dann ist es nicht, weißt du, dann ist es nicht schlimm, dann kommt kein, kein... Der Physiker. Ja, genau. Tickselig. Geht das besser? Ja, ist auf jeden Fall besser. Also es ist immer noch nicht richtig megageil, aber... Es geht langsam ein bisschen hoch, das Rot, oder? Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass man so ein Video sehen kann, dass so eine rote Schicht nach oben kommt und ich meine auch, dass ich unten irgendwie was Blaues sehe, aber... Äh, Inga, kannst du, also ich weiß nicht, wie fest dein Laptop ist, kannst du mit der Kamera da nochmal ein bisschen näher ran? Naja, ich habe ja... Oder, also wenn das geht, falls das... Das geht. Nö. Ja, also jetzt schaut es auf jeden Fall so ein bisschen aus, als ob das Rot oben ist, aber ja, äh... Belana, es ist leider ein bisschen pixellig, ja. Also bei uns auch. Ja. Ja, da kann ich an den Pixeln, kann ich nichts ändern. Ich kann nur mehr Blau dazugeben noch. Pixel? Ach. Dann hauen wir halt mehr Blau drauf. Sag! Es hilft gegen Pixel. Genau, Blau, wusste ihr das nicht? Das ist eine ganz eigene wissenschaftliche, äh, Teilbereich, die Farbforschung. Blau hilft, die hilft gegen Verpixelung im Internet. Ja, ähm, ja, also da kann man jetzt wenig... Jetzt ist alles nur noch Blau. Nee, bei mir tatsächlich... Ihr habt, glaube ich, ein Winkelproblem im Vergleich zu mir, weil bei mir... Das kann sein. Ich kann mal gucken, ob man das hier irgendwie noch gar da hinkriegen kann. Ohne, dass ich alles kaputt mache. Da bin ich nämlich berühmt für. Fällt der Laptop ins Wasser? Nee, der Laptop wird nicht ins Wasser fallen, aber ich hatte gerade Angst, dass mein... Okay, okay. Aber... Hier unten drinnen sehe ich von meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob der Laptop das auch hinkriegt, dass tatsächlich so dieser Kreislauf, dass das Blaue absackt und langsam rüberschwappt, während das Rote an der Oberfläche ein bisschen mehr ist. Ich glaube, man kann es erahnen hier oben so ein bisschen, ne? Ich sehe, nee. Aber vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen warten, bis da irgendwie sich ein bisschen das aufgeräumt hat. Vielleicht kann man dann ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, ich habe ja die Bücher und die haben natürlich schön was von... Man kann dich kaum verstehen, Inga. Also man kann, ja, weil sich... Warte. Weil sich natürlich alles verschoben hat, jetzt, durch dieses fantastische Experiment. Wir warten mal ab, es könnte besser werden. Sollen wir? Ich habe ja auch ein Experiment vorbereitet. Ups, da da. Uh! Ja. Sollen wir das mal noch schaffen? Ja, mach eins mal weiter. Müssen wir alle... Ich bin total neugierig. Ich weiß nämlich auch nichts davon. Okay, ich mache dich mal groß, Julia. Machen wir mal groß? Ich bin auch gespannt. Es ist mal wieder Experiment, noch nie vorher ausprobiert. Ja, also wir machen das hier live und gucken, ob das funktioniert. Und zwar... Guck mal, wie die Temperatur hier aussieht bei mir. So, ich habe ein Wasserglas und ich werde jetzt erstmal einfach spüren. Man sieht hier, glaube ich, schon so ein bisschen, dass da so ein Strudel bildet. Also kennt man ja auch, wenn man rührt. Jetzt. Oh, hoffentlich bin ich schnell genug. Kann man was sehen? Doch, ich behaupte mal, ich kann was sehen. Und zwar, dass der Strudel in Blau weiter nach unten kreiselt. Also wie die Wassersäule, die du vorher gerührt hast. Ja, genau. Das ist geil. Ich sehe das bei mir richtig schlecht. Ich sehe es quasi auf dem Bildschirm besser. Ich bin auch fantasiebegabt. Nein, das hat tatsächlich bei der Laptop das so spiegelt. Genau, man hat halt diese... Ja, man sieht es gut. Mit dem weißen... Oh ja, oh ja. Das macht es noch viel schöner. Ja. Ja, vielleicht passt es gleich nochmal mit dem... Das hätte ich vorher mit dem Zettel. Genau, also das war super. Wir machen es einfach nochmal. Ich habe ja was vorbereitet. Ah. Aber man weiß ja nie, ne? Genau. Und dann machen wir es mit dem weißen Zettel kontensiert. Und das ist ein bisschen deutlicher. Und es kann auch sein, dass... Ich bin sehr enttäuscht von meinem Experiment. Lass es sich entwickeln, Inga. Ja. Geduld war ja noch nie meine Stärke. Hm. Experimente und Geduld ist... Ah, ne, ich habe es verkackt. Als ich das Glas bewegt habe. Schatz, ja. Naja, jetzt ist es voll drin. Oh, das ist super. Ja. 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 Das würde ich als gelungen bezeichnen. Ich weiß nicht. Und deswegen ist es innen schneller. Und deswegen hast du diese Strudelform. Und das kennt man zum Beispiel auch, ne, vom, ähm, zum Beispiel, wenn man paddelt, dann hat man das doch immer hinter dem Paddel, das ist doch immer so, wenn man jetzt so bildet. Und das ist das Gleiche. Und das nennt man, äh, also das nennt man Eddies. Das sind Strömungen, Meeresströmungen, die Eddies heißen, die sich eben auch bilden von Strömungen, die dann irgendwie an Küsten oder so entlang gehen. Dann können sich, können sich diese Eddies bilden. Da gibt es ganz, ganz große, zum Beispiel, ähm, bei Südafrika an der Kante, also wenn der Indische Ozean Strömungen in den Atlantik gehen, da bilden sich auch so Eddies. Und die sind quasi ein bisschen wie so Buddels dann auch, also weil da ist dann oft irgendwie wärmeres Wasser drin, dass ein kälteres geht, aber das bleibt quasi in diesem, in diesem Wirbel erhalten. Und durch diesen Wirbel, äh, bildet sich dann auch ein Zug und dadurch wird Tiefenwasser nach oben gezogen und, äh, dadurch kommen dann eben Nährstoffe und sowas von unten nach oben und die dann eben zum Beispiel so Eigenwachstum oder sowas anheizen. Aber diese Eddies sind dann schon, äh, Kilometer groß, wenn das irgendwie eine Küste ist oder, oder Dutzende von Kilometern oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, 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 genau. Ja, genau, die sind richtig groß, also das kannst du auch, bei manchen, das gibt es so Strömungs, äh, Modelle oder sowas, da kannst du die auch richtig sehen. Also die sind richtig groß. Keine Ahnung. Mehrere, mehrere. Naja, also, äh, auf, äh, äh, Größenordnung von, äh, ganzen Erdteilen und nicht, äh, äh, im Kleinen. Ich würde sagen, ich würde sagen, schon so zehnmal Saarland groß. Alles klar. Damit kann ich mittlerweile was anfangen. Was bei mir zu sehen ist, in meinem Experiment zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass das Rot, ich kann das hier nochmal hochhalten und hoffen, dass es, dass man das besser sieht und diesmal meine Akustik mitnehmen. Äh, einhändig. Seht ihr das, dass auf der von euch linken Seite das Rot sich an einer kleinen Stelle nur noch sammelt, weil das von dem Blauwasser, was kälter ist und abgesackt ist, da so ein bisschen verdrängt wird in eine einzelne Stelle. Aber leider geht es noch nicht in die Höhe und, ähm, macht dann so einen Austausch. Das ist eigentlich das, was wir haben wollten. Wir wollten eigentlich so eine leichte Wasserzirkulation darstellen. Auch schon beim letzten Mal. Da hat Jules das sehr, sehr schön auch erklärt. Also was eigentlich passieren sollte, wäre, das Kühlpack sorgt dafür, dass es eine kalte Tiefenströmung gibt, die nach hier rüber geht. Und das Rote sollte hier gefärbt werden. Und das sollte quasi eine Oberflächenströmung, die zum Kalten hinführt. Weil das Kalte nach unten, das sollte dieser Kreislauf sein und das sollte man mit Rot und Blau beobachten können. Aber ich finde, das ist ja schon mal cool, dass man hier tatsächlich sieht, dass das Rote so zu einem kleinen Teil zusammengedrückt wurde von dem Blauen, dass es halt eine Tiefenströmung gegeben hat. Ja, das ist ein Anfang. Der Anfang des Golfstroms im Hamburger Wohnzimmer in Unperfekt. Der Golfstrom hat auch mal klein angefangen. Der war nicht sofort ein Profi, der das ganze Klima in Europa bestimmt hat. Der hat auch irgendwann mal klein angefangen. Ja. Der musste auch üben. Wie wir. Auch der Golfstrom hat mal klein angefangen. Jetzt habe ich mir Wasser ins Gesicht geschützt. Schön. Immerhin nicht auf die Bücher, so wie ich. Ja. Kann ich jetzt hier ab. Nein, nur auf mich. Aber ich bin ab, was war es okay. Ja. Das ist gut. Die Bücher, die berührt worden sind, sind auch nicht die, die ich noch wieder verkaufen möchte. Insofern ist alles okay. Ich habe hier nämlich wieder die Kinderbücher, die unten gestapelt. Replikationskrise, ja. Machen wir jetzt jeden Stream dieses Experiment nochmal, bis es funktioniert? Das können wir machen. Bei mir ist es. Irgendwann muss André als Physiker das mal machen. Weil vielleicht geht es bei ihm besser. Okay, nächstes Mal probiere ich das Experiment mal. Ja, mach du das doch mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich temperaturtechnisch mit 40 Grad Wasser gestartet bin. Okay. Und durch das Kühlpack jetzt schon 4 Grad auf 36 Grad verloren habe. Und ich hatte eine mittelgroße Masse an, also so vielleicht 50 Gramm Salz in mein 1 Liter warmes Wasser getan, das die Basis gebildet hat. Und meine gefärbten Wasseranteile, die ich da reingetan habe, die bestanden aus der Lebensmittelflüssigfarbe und heißem Wasser. Weil ich gehofft habe, dass dann das heiße Wasser einfach noch oben drauf bleibt. So, war meine tolle Logik. Okay, ja. Muss ja nur noch eine Methode finden, dass man das Wasser auch tatsächlich auf die... Ich habe da schon eine Idee. Gut. Ich werde mich bemühen, dass für nächstes Mal... Ich habe allerdings nicht so eine schöne Auflaufform. Ich habe eine Tupper-Schüssel, die groß genug ist. Ich habe gerade eine Idee. Ja. Eigentlich könnten wir doch auch mal, weil ich es doch gerade gemeint habe, dass... Versuchen wir das mal. Dass so das Tiefenwasser nach oben gezogen wird. Aber obwohl... Ach nee, das ist Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Nee, machen wir nicht. Okay, machen wir nicht. Gut, Quatsch. Versuchsabbruch vor... Versuchsabbruch, ja. Okay, wir machen... Nach weiterem Nachdenken. Wir folgen der wissenschaftlichen Methode, das heißt nächstes Mal, der nächste Stream, den haben wir schon geplant. 11. Januar gibt es den nächsten Plötzlich Wissens-Stream, für alle, die mitschreiben. Wir werden es nachher nochmal sagen. Aber dann am 11. Januar werde ich mal das mit der Zirkulation hinkriegen und dann könnt ihr mir beim kläglichen Scheitern zusehen. Mal gucken. Und es gibt bestimmt ein neues Experiment noch, ne? Also ein neues und eins, was immer noch nicht funktioniert hat. Wir machen das so lange, bis es vernünftig funktioniert. Und dann nochmal, weil es so schön war. Ja, und wahrscheinlich liegt es alles an der Dugong-Halterung. Man weiß es nicht. Der hat einfach eine heiße Schnauze. Ja, genau. Und es wurden keine Forschungsmittel verschwendet. Wird im Chat gesagt, nein. Es werden keine Forschungsmittel verschwendet. Nein. Und es werden auch keine Tiere getötet. Nee. Genau. Wir versuchen einfach nur, Meeresströmungen zu simulieren. Wo wir von Meeresströmungen reden? Wollen wir mal... Steigen wir wieder ein in die Meeresströmung? Steigen wir mal wieder ein in die Meeresströmung. So. In der Atoll-Dämmerung. Da müssen wir jetzt zu dem nächsten... Wir spielen Beyond Blue. Zu dem nächsten... Ups. Ich wollte doch diese Fische scannen. Zu dem nächsten... Ich weiß nicht mehr, was für ein Wal das war. Wahrscheinlich Buckel... Nee. Hotwal, oder? Nee, Buckelwal. Buckelwal. Glaube ich. Hier sind auch nochmal Fische, die ich scannen kann. Ich habe den Dugong wieder befreit. Die Dugong-Halterung ist erlöst worden. Ja. Da sehe ich noch was. Scheiß... Scheiß-Experiment. Weißflecken-Kugelfisch. Was war es? Leopard-Drücker-Fisch. Hm. Ich dachte, aber was ist das denn? Achso, das ist die Boje. Was ist denn da hingepackt? Ja. Und so wie sie schwimmt, das ist mega anstrengend. Ja, die macht das ja jeden Tag mehrfach, ne? Ja, kilometerweise schwimmt die. Ja, bevor sie schlafen gehen darf. Okay, und jetzt schicke ich mal eine Drohne. Ist ja richtig fies. Du schickst eine Drohne in dieses Mating-Ding da. Ja, die stört ja nicht. Das ist ja so wie Spying on him. So, bist du eifersüchtig? Nein. Ich freue mich. Ja, es ist ein Detektiv auf so ein Date schicken. Was läuft da zwischen denen? Buckelwahlgesang eines Männchens. Okay, ich habe, glaube ich, alles gemacht. Äh. Achso, und jetzt soll ich zu der... Da drüben ist ein Walhai. Oh, geil. Ja. Belana sagt, dass du Dating-Profi bist, André. Ja. Ja. Er hat immer so eine Rochendrohne. Immer. Auf der Tasche. Genau. Oh, und da sind kleine... Kuriyashi bist du da. Hallo. Ah. Kuriyashi. Nee. Hi. Fisch. Hat einen Moment gedauert. Hat einen Moment gedauert. Das mit dem... Hier mit dem Herumschwimmen und was ich alles... Was ich alles scannen muss und so weiter und so fort ist nicht so einfach. Ja, du machst das sehr gut. Danke, danke, danke. Aber... Ich wüsste gerne, ob da irgendwo Riffbarsche sind, aber ich sehe so wenig Korallenriff. Deswegen glaube ich es nicht. Ich habe doch die Meeresmuse vorbereitet. Ne, ich habe noch keine Riffbarsche gesehen, aber auch nicht. Wir sind wahrscheinlich zu weit weg vom Atoll gerade. Oder von der Kante da. Vielleicht. So, und jetzt soll ich hier diese Boje... Wir werden wieder irgendwelche Sachen orten, nehme ich an. Gefährliche Geräusche? Ich glaube, es hat funktioniert. Ich habe ein bisschen schrecklichen Geräuschen. Oh. Ich werde es in den Wäldern ausprobieren. Jetzt will ich wissen, was das Geräusch ist. Ja, gruselige Geräusche sind ja für mich ganz schlimm. Okay, dann... Deswegen kann ich viele Filme nicht gucken. Schwimme ich mal zu diesem gruseligen Geräusch. Hm. Auf dem Weg gucken wir mal, was wir noch so finden. Riesendrückerfisch. Aber, Inga, dann erzähl doch. Dann erzähl doch. Die News... Mehr das News Story der Woche. Ja, die Mehr das News der Woche. Ja, bevor ich da jetzt hinschwimme, zum Fragezeichen. Ja, schwimmt trotzdem weiter. Das kann ja... Du bist ja kilometerweise unterwegs, aber... Ähm... Es gibt aktuelle Forschungsergebnisse zu... Ich nenne es mal... Die Bauern des Korallenriffs. Das sind die Riffbarsche. Also eine, beziehungsweise zwei Arten von Riffbarschen. Ähm... Die fressen nicht nur auf ihrer Farm, die sie sich anlegen, Algen. Also sie haben einen abgesteckten Bereich, den sie verteidigen, weil sie dort ihre Algenfarm betreiben. Deswegen Bauern. Ähm... Und die haben sich Haustiere sozusagen zugelegt, weil die ihre Algenfarm sehr gut verteidigen, ist das eine Nische geworden für Schwebegarnelen, die übrigens auch Wombatgarnelen oder so genannt werden, weil die... Ja, weil die haben so eine Bruttasche vorm Bauch, um ihren Jungen großzuziehen. Also so wie Kängurus. Quasi so Mini-Kängurus unter Wasser. Und... Und wir sollen etwas trinken. Ja, ich muss gerade reden. Aber die anderen können trinken. Ähm... Ja, und diese Schwebegarnelen, die sind gefundenes Fressen für die Rifffische und müssen sich einen Ort suchen, an dem sie tagsüber verweilen können. Die schwimmen in der Wassersäule dann nachts rum und fressen. Die sind so Filtrierer und gefundenes Fressen, wie gesagt, für Fische. Und die Riffbarsche halten die sich als Haustiere quasi. Ähm... Über die Zeit hat sich das so entwickelt, dadurch, dass einige Typen von Riffbarschen ihre Algenfarm so betreiben, dass sie die sehr stark verteidigen. Julia kann ein Lied davon singen. Das sind angriffslustige kleine Fische. Ähm... Dass die nicht nur ihre Algenfarm verteidigen, sondern auch die Schwebegarnelen, die in ihrer Algenfarm Zuflucht finden. Die fressen also nicht mehr die Schwebegarnelen, sondern passen darauf auf, dass sie die Algenfarm nicht mehr, dass niemand die Schwebegarnelen verletzt, während die in der Algenfarm rumhängen tagsüber. Denn dort sind sie geschützt. Und der Vorteil für die Riffbarsche ist, dass die Schwebegarnelen auch tagsüber auf Toilette gehen müssen und ganz, ganz fruchtbaren Dünger für die Algenfarm abgeben. Quasi die Kühe, die Gülle. Das ist wie auf einer Farm bei denen. Okay. Also die... Ja, das ist ganz cool. Das haben die gerade publiziert, jetzt Anfang des Monats. Ähm, dass die in Belize da so eine Forschung zugemacht haben. Äh, es gibt ja ein paar Tiere, die nicht unter Wasser in so einer Symbiose leben. Und die nennen das so eine Art Domestizierung. Verschiedene Arten, wie Tiere domestiziert werden. Und die Riffbarsche haben ihre Aggression gegenüber diesen kleinen Garnelen abgelegt und, ähm, sind sogar in der Lage, die zu verteidigen. Obwohl das für sie bedeutet, dass sie Energie aufwenden müssen dafür und weniger zu fressen bekommen. Aber die Qualität ihrer Algen ist so viel höher, dass sie eine bessere körperliche Konstitution haben, wenn sie Garnelen bei sich leben lassen. Ja. Irina, how many of these do you need? I'm missing one. So sieht das aus. Aber wir haben immer noch keine Riffbarsche gesehen. Und es sind auch nicht alle Riffbarsche, die das machen. Es sind zwei Arten, die das so handhaben mit ihren Garnelen. Und es sind auch immer über Generationen die gleichen Garnelen, die da wohnen. Die kehren immer zu ihrer Algenfarm vom Riffbarsch zurück. Das heißt, die, äh, die, äh, die domestizierten, äh, ähm, ähm, Garnelen sind, freuen sich auch über diese, äh, Symbiose, sag ich jetzt mal. Ja, die haben die Nische gefunden da, sozusagen. Also eine Safety-Nische. Und, ähm, weiß ich nicht, ob du das gelesen hast im Paper. Würde mich interessieren, wie haben die denn die Garnelen markiert, dass sie wissen, dass das immer wieder dieselben Individuen sind, die zum selben Arsch kommen? Ja, über eine Isotopenanalyse haben die das gemacht. Ah, okay. Und die haben über eine 20-Tage-Periode jeden Tag am frühen Morgen und zum Sonnenuntergang geguckt, wo die Garnelen rumhängen. Und es gibt, äh, eben immer die gleiche Generationenfolge vor allem. Also man kann ja nachvollziehen, dass es Garnelen aus der gleichen Familie sind, die immer in derselben Algenfarben rumhängen. Von dem immer selben Riffbarsch in der Zeit, in der sie da diesen Versuch gestartet haben. Ja. So, ich muss jetzt irgendwie, äh, Seesterne markieren. Und ich merke, hier unten liegt ganz schön viel Müll rum. Also, das ist, äh, das haben wir ja auch auf diesem, auf diesem Whiteboard im, äh, im U-Boot irgendwie gesehen, ne? Also, ah, da sind noch mehr Seesterne. Und jetzt habe ich drei markiert. Die Garnelen, die stehen auf dem Geruch von dieser Drückerfisch-Art. Die da, da schwimmen die deswegen immer hin. Die riechen quasi ihren, äh, nicht Drückerfisch, ihre Riffbarsche. Auf Englisch heißen die ja, ähm, auch Farmerfisch. Mhm. Ach. Äh, haben die auf, haben die auf Deutsch auch irgendeinen Namen? Ne, also ich habe keine richtig geile, also Longfin Demselfish ist, äh, die auf Englisch genau diese Art. Und ich habe nur Riffbarsch gefunden, äh, in der Übersetzung. Und ich finde auch die Schwebegarnele nicht so richtig geil. Es gibt Schwebegarnele und Glaskrebse, aber eigentlich heißen sie Mycidia. Ich weiß aber auch nicht, wie man das ordentlich ausspricht. Ja, und diese Schwebegarnelen sind so bis zu 2,5 Zentimeter lang mit ihrer kleinen Baby-Tasche vorm Bauch. Ich habe jetzt, glaube ich, auch einige, das sind Drückerfische, ich habe auch, glaube ich, einiges an Scans nebenbei gemacht. Hm. Die heißen übrigens die Drückerfische, also die heißen auf Englisch, heißen die Triggerfisch. Und zwar, weil die, weil die, oben haben die eine, eine Flosse, die sie, wenn sie irgendwie aggressiv sind oder aufgeregt, so aufstellen. Und die hat so ein bisschen Form wie der Abzug von der Pistole. Deswegen ist auf Englisch Trigger. Ah. Und, ähm, und ich denke mal, dass, dass, das, das gleiche auch, Drücker auf Deutsch. Trigger wurde mit Drücker übersetzt, auch interessant. So, jetzt, ja, jetzt scannen wir wieder, nach Geräuschen. Gericht schreibt Seepocke vom letzten Mal an. Das ist sehr nett, danke. Ja, wo der wohl ist? Eine Seepocke muss eigentlich immer unter Wasser sein. Oder zumindest längere Zeit. Das war definitiv digital. Low-Power-Alarm. Du musst einen Sensor für die Service. Es hat niemals geholfen, dass ein schöner Ringtone viel weniger wunderschöner wäre. So, jetzt muss ich die Tümbler da drüben scannen. Oh, was ist das denn? Ein Idiot mit einem Tümbler? Ne, diesmal sind es erwachsene Tümbler. Und jetzt habe ich wieder die Drohne am Start und muss irgendetwas... Die Seepocke liegt auf der Couch und will gleich Fußball schauen. Das ist ein Verhalten, was in den Papern so nicht beschrieben wird. Kannst du ihm ausrichten. Ich weiß. Wir machen ja auch nur noch so 20 Minuten, ne? Jetzt weiß ich wieder nicht, was du tun musst. Die Steuerung dieser Drohnen ist nicht so einfach, muss ich sagen. Ich möchte auf die andere Seite des Delfins kommen. Und es kommen ja Körperteile von anderen. Ein toller Buchtitel auf der anderen Seite des Delfins. Ja. Übrigens hier sieht man total schön, ne? Die Delfine, die schwimmen immer durch diese Koralle durch. Ja. Und das seht ihr, und das habe ich, glaube ich, das letzte Mal erzählt, dass das eben beobachtet wurde und man davon ausgeht, dass das irgendwie für die eventuell einen medizinischen Effekt hat. Also, dass die irgendwie antibakteriell wirkt, die Koralle für die Delfinhaut. Okay. Mirai, please, please, get closer. Das ist das Unterwasserspa. Gibt auch so richtig coole Orte, wo die ganzen Wasser, also die Schildkröten sich sammeln, weil da die Putzkolonnen der Fische rumhängen. Und die dann Schlange stehen, die Tiere, um quasi Zugang zum Spa zu bekommen bei den Fischen. Ja, und wir haben jetzt auch gerade eine Probe von diesen Korallen genommen. Es wird wahrscheinlich genau das thematisiert werden auch noch im Spiel. Das können wir uns nachher im U-Boot angucken, beziehungsweise wahrscheinlich im nächsten Stream. Ja. Ich hoffe, dass da irgendwann auch so ein Putzerort kommt, wo dann so Schildkröten rumhängen. Garantiert, würde ich sagen. In der Schlange. Horst den Gorillashieb, ja. Das kann auch tatsächlich sein, dass das nur eine Massage ist oder sich einfach nur gut für die anfühlt. Kann auch sein. Vielleicht hat das keinen anderen Zweck, sondern ist einfach nur irgendwie cool. So wie wir, keine Ahnung, bei der Plastikverpackung die kleinen Pläschen zertrücken, weil sich das halt einfach... Das ist sehr beruhigend. Das ist wie Kiesgartenhaken, nur mit Plastik. So, äh... Achso. Muss irgendwo da unten hin. Wahrscheinlich hier, wo die Haie schwimmen. In den Haie. Ich muss den... Heilsender... Was ist denn da, das Bunte? Oh. Äh, ein Autopust, der sich versteht. Oh, okay. Ein Autopust, der sich mit... Der sich mit Muscheln versteckt hat. Okay, und da sind jetzt wieder unsere... Pottwale. Die Dokumentation auf Netflix noch über den Oktopus. Wie ist das noch? Auf Englisch heißt sie mal Oktopus Teacher. Ich weiß nicht, wie wir in Deutsch sind. Mein Lehrer der Oktopus? Ja, ich glaube ja. Dankeschön. Ja, ich hab den schon gesehen, aber... Baby ist back with the rest of the pod. What's it doing? Weil Lehrer der Krake hast. Äh, ja. Er macht ja das auch, ne? Ja, genau. Versteckt er sich unter den Muscheln. Hm. Vor dem Hai. Ja, oh Gott. Dramatische Szenen. Hm. Ja, aber noch, wer ihn noch nicht gesehen hat, wirklich guter Film. Hm. Pingu, hallo. Pingu sagt hallo. Hallo. Endlich enden. Hi, Pingu. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass mit der... Die Drohnensteuerung habe ich echt ein Problem. Ah, da. Jugendlicher Pottwale. Wie lange sind nach Pottwale wohl jugendlich? Aber ich dachte, Andrea ist frisch geboren. Vorhin war sie doch frisch geboren. Das kann sie doch nicht jugendlich sein. Nee. Ja, ich höre es. Da sie gehen. Ich habe etwas schockt. Ich dachte, wenn man Wahlgesänge zu einem Teil der Popkultur macht, gäbe es mehr Interesse an der Rettung der Wale. Roger Payne, Erschaffer des Albums Songs of the Humpback Whale und Gründer von Ocean Alliance. Hat aber nicht so richtig geklappt, ne? Kann ich bei den Du-Bongs machen? Nee, hat nicht so richtig geklappt. So, wir sind zurück auf unserem U-Boot. Können wir jetzt noch ein Video? Können wir jetzt mehr als vorher? Hm, was? Video? Oh ja, wir können ein Video noch gucken. Wir können noch ein Video gucken, genau. Wir haben hier... Oh, wir haben hier noch irgendwelche Peilsender. Mit denen wir wahrscheinlich was machen müssen. Ist ja alles sehr ordentlich da aufgefahren. Oh, was steht denn da dran für ein Post-it? Kann ich nicht erkennen. Ich auch nicht. Kann ich auch nicht weiter ranzoomen. Leider. Aber ja, wir können mal noch ein Video gucken. Oh, wir haben Meer freigeschaltet. Ozeansinn. Erfahre, wie neue Technologie uns ermöglicht, das Leben im Meer auf völlig neue Weise zu sehen, zu hören und zu verfolgen. Oder Gesänge des Meeres. Erfahre, wie Buckelwarrerle im gewaltigen Ozean durch ihren Gesang miteinander kommunizieren. Ich bin für Heranwachsen eines Potwalts, weil wir gerade von Kindheit zu Jugendalter innerhalb von einer halben Stunde gekommen sind. Und da würde ich doch gerne mal mehr drüber wissen. Alles klar. Dann gucken wir uns Heranwachsen eines Potwalts an. Wie gesagt, die Videos sind von dem Team von Blue Planet 2 zusammengestellt, beziehungsweise Sachen, die nicht drin vorkamen oder Behind the Scenes oder sowas. Dann gucken wir uns das mal an. Mein Name ist Shane Garrow und ich bin der Founder von der Dominika Sperm Whale Project. Ich habe folgen die Leben der Sperm Whale Familien in den Karibbeen See, aus der schönsten Natur-Sein der Dominika. Ich habe das größte Honne, zu spenden 1.000 Stunden in der Firma der Sperm Whale Familien. Und über die letzten 15 Jahre, wir haben 30 verschiedene Familien. Wir wissen über 10 von denen, persönlich. My research focuses mostly on the connection between these families' lives and what they say to each other, and how they succeed in the ocean by living in these small families. They live these rich and complex lives in part of the ocean that we find difficult to even explore. Sperm Whale Society is matrilineal, meaning it's grandmothers and daughters that will live together for life. The young males live in the family until they're about teenagers and then they go on this sort of open ocean launder for about 15 to 20 years before they are breeding age. But females will stay together for life. They communally raise and defend their babies, and they live in this sort of community of neighboring families, just like we do. Behavior is what you do, but culture is how you've learned to do it. In the same way that we're all humans, but some of us eat with chopsticks and some of us eat with a fork. We're all still eating, but how we've learned to eat is importantly different. The secret for how these animals are surviving are these traditional behaviors, and that's why every calf counts. Every female calf is critically important, and each one of those that we lose, we lose so much potential. I think one thing that my research has shown is that our lives are really similar. The values that we have in our families, love your mom, be a good neighbor, learn from your grandmother's experience. And ultimately, life is about the quality of the relationships that you build with those around you, whether you're a whale or not. The secret that my grandmother learned, are helping me to survive now. Ensuring that these grandmothers survive to be grandmothers, to share their stories, and ensuring that these babies live long enough to learn them, is what's going to enable these animals to be around for a long time. Okay, yeah, also aus Blue Planet 2 sind hier kurze Clips da. Und hallo Pupsnase, hallo Pingu, äh... Ja, hi Pupsnase. Ja, schön, dass du da bist und herzlichen Dank für letztes Mal für den Raid. Wir sind hier mitten in Beyond Blue, wo es auch Clips aus aktueller, ja, nicht aktueller Forschung, aber, ähm, na ja, schon. Auch mit wissenschaftlichem Hintergrund gibt. Und da haben wir uns gerade was angeguckt. Was habt ihr so von eurer Großmutter gelernt? Boah, was ich von meiner Großmutter gelernt habe? Dass man Eichhörnchen leider nicht mit Nüssen nach Hause locken kann. Du sagst das, du sagst das, du sagst das so, so frustriert und traurig, Inga. Ja, es war auch, es ist auch traurig, weil ich bis jetzt, ich wollte früher immer ein eigenes Eichhörnchen haben und meine Großmutter war so nett, mit mir zusammen eine Spur zu legen. Aber wir haben es nicht geschafft, das anzulocken. Es war auch so eine One-Time-Aktion. Sie hätte vielleicht noch dazu sagen müssen, dass es realistischer wäre, wenn man jeden Tag was mit einem Eichhörnchen versucht und nicht nur einmal es in die Wohnung locken wollen. Aber sie war für mich da. Sie hat das probiert. Ja, Pupsnase, danke, dass du die Themen, über die wir sprechen, wichtig findest. Das freut uns wirklich sehr. Und Pingu hat von seiner Großmutter gelernt, wie man Buttermilchwaffeln macht. Und das ist ein wichtiger Skill. Ja. Ich überlege gerade, was ich von meinen Großmüttern alles mitgenommen habe, noch gelernt habe. Auch Essen würde mir auch einfallen. Aber dann auch eher so ein bisschen indirekt so über meine Mutter. Ja, genau. Mutter am Essen. Ja, dieses Kuchenrezept ist von deiner Großmutter. Ah, alles klar. Oder wie man diesen Eintopf macht, das weiß ich auch noch von deiner Großmutter. Und die weiß es von ihrer Mutter. Solche Sachen weiß ich auch noch. Genau. Ja. Brechboden, Eintopf und Linsensuppe. Und das, wenn man Hals weh hat, soll man Schnaps trinken. Das sagt man. Das habe ich von einem Freund gelernt. Tequila. Und ey, meine Oma wird in einem Monat 100, also... Oh, krass. ...was richtig gemacht haben, ne? Ja. Hört auf diese Frau. Ja. Das lohnt sich. Schnaps desinfiziert bei Halsschmerzen den Hals. Ja. Sehr gut. Okay. Noch eins angucken oder gehen wir durchs... Wollen wir noch eine Mission anfangen? Ne, ist ein bisschen knapp, ne? Wir müssen, äh, wegen Familienangelegenheiten wollen wir um 18 Uhr den Sack zumachen. Ähm, jetzt wollen wir uns noch ein paar Sachen, die ich gescannt habe, angucken. Vielleicht. Dann können wir zu dem Hologramm-Tisch rübergehen. Ich gucke mir mal hier kurz mein Experiment an. Oh ja, wir können noch mal einen Blick auf das Experiment werfen. Warte. Aber die Dugong-Schnauze ist, hat leider ihre... Naja, aber es geht. Ist nicht so viel passiert. Also, zeig das mal. Ich mach dich mal groß. Ja. Ich wollte gerade sagen, André, um noch eine Ähnlichkeit dieses Spiels zu mir zu bringen, ist, ähm, ich mach auch nie mein Bett. Und die Dame im Spiel macht das anscheinend auch nicht gerne. Also, man kann ein bisschen sehen, dass das Rot jetzt tatsächlich, ich kann es leider nicht von unten nach oben zeigen, also in der Breite zeigen. Von der Seite zeigen, meinst du. Ja, danke, das meine ich. Ja. Dankeschön. Bitte. Ähm, aber man sieht, dass das Rot in Richtung Thermometer gewandert ist. Also schon in die Richtung, in die es eigentlich hingewandern müssen, wenn es weiter oben... Und hier sieht man so einen kleinen... Hier hat sich eben das Rot versammelt und das ist jetzt an der Oberfläche, wenn man von der Seite drauf guckt? Ja, das kann man von der Seite nicht mehr erkennen. Die Seite sieht lila aus. Ah, okay. Das ist ein sehr schönes Farb, ja, wie im Kunstunterricht. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich etwas passiert. Ja, also wir machen Fortschritte. Letztes Mal hat das Experiment gar nicht funktioniert. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen blauen Tiefenstrom schon gehabt durch das Kühlpack und blaue Lebensmittelfarbe, dass es unten am Boden lang floss und eigentlich sollte rote Farbe an der Oberfläche der Schale zurückfließen. Ähm, ich versuche das nächstes Mal, äh, dann noch besser zu machen mit den, mit den Erkenntnissen von Inga und Julia, weil wir bauen ja alle aufeinander auf. Ja, von der Seite kann man wirklich nichts mehr vom Roten sehen. Leider. Ja, aber, aber von oben. Ja, aber von oben. Also man hat echt in der Kamera leider echt nur einen Schatten. Du hast es gut beschrieben, dann konnte ich mit der Maus drauf zeigen, was ich glaube, was du meintest. Ha. Ha. Das ist alles noch blauer als vorher. Ja, das hilft leider nicht und irgendwas ist im Weg. Hm, ja, mein Arm. Achso, Entschuldigung. Schade eigentlich, weil jetzt so in live sieht man das noch deutlicher mit meiner schönen UV-Lampe. Entschuldigung für das Geräusch. Ähm, Technik. Schieb, berichte uns dann bitte, ob es bei dir geklappt hat und wenn ja, dann musst du uns sagen, was wir falsch machen. Ja, bitte. Julia Schieb will das Experiment mit seinen Kiddens an Weihnachten. Ja, genau, Send Pictures. Wir haben auch einen Discord-Server, komm da gerne vorbei und schmeiß da mal ein Bild davon rein, wenn ihr das zu Hause nachmacht. Ähm. Das wäre super und da kannst du dich vielleicht auch tagelang mit beschäftigen, also jeden Tag mal neu starten, das Experiment, wenn es beim ersten Mal nicht klappt oder mit verschiedenen Konditionen, also warmes Wasser, etwas kälteres Wasser, warmes Wasser mit Salz, warmes Wasser ohne Salz, kaltes Wasser mit oder ohne Salz. In der Badewanne. In der Badewanne. In der Badewanne. Pulver-Lebensmittelfarbe, einrühren, also es gibt so viele Möglichkeiten. Haben wir jetzt hier einen Riffbarsch mit dabei? Ich guck mal. Ähm. Grünes Schwalbenschwänzchen, Soldatenfisch, glänzender, glänzender Schleimkopf sieht interessant auf. Schiffshalter. Ne, ich glaube nicht, dass wir hier einen Barsch mit dabei haben. Ich guck mal weiter unten. Äh, Walhai. Ne, ne. Glänzender Schleimkopf will ich mir mal angucken. Weißt du etwas zum glänzenden Schleimkopf, Julia? Er hat auch ein geiles Auge. Ja. Ne. Ich kann euch mal in den Link, einen Link von so einem Riffbarsch packen, damit ihr mal wisst, was wieder aussieht. Die Pharmafische, die wir vorhin hatten. Okay. Ja. So, Riesendrückerfisch. Ja, das sind die Bösen. Die beißen. Und zwar, und wenn die beißen, äh. Wurdest du schon mal von einem von denen gebissen? Ne. Äh, ne. Gott sei Dank nicht. Ich wurde einmal angegriffen, das ist tatsächlich, ähm, hatte ich schon mal erzählt, bei den Videos, die vorne laufen, mit dem Barracuda-Schwarm. Da war einer unterwegs, der voll genervt hat. Äh, ne, mich, also sonst, mich noch nie, aber ich hab's öfter schon mitbekommen und ich hab auch echt einmal, ähm, du hast es mitbekommen, da hatte er echt so die Flosse einer Dame zerlegt. Also wirklich, ne, da hat er echt solche Stücke rausgebissen. Und, äh, hab auch schon so... Also die von einer Taucherin, meinst du? Ja, 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 ja. Ja, ja, von einer Taucherin, die... Also, äh, okay, ich bin jetzt eben an denen vorbeigeschwommen, die sind, das sind schon solche Oschis, oder? Äh, die sind richtig groß, ja, ja, das sind echt... Und die haben richtig dicke Zähne, Mann. Die stehen so raus. Mach dir noch mal, sieht man das da? Äh, riesen Drückerfisch. Ne, ich glaub... Die haben richtig so... So ein bisschen so Hasenzähne. Ah ja, ne, die haben richtig fette Zähne. Vielleicht bei dem anderen. Wir haben noch einen Leoparden-Drückerfisch. Die sehen so ein menschliches Gebiss so ein bisschen. Schade. Ich kenn die nämlich auch aus dem Korallenriff. Die sehen so witzig aus mit ihren Zähnen, aber... Bin noch nie angegriffen worden von denen, Gott sei Dank. Ne, die haben wohl manchmal... Also die machen das eigentlich nur, wenn sie brüten. Ähm, da kommt wieder der Walhai. Der kommt ja jedes Mal vorbei, wenn man da einen Fisch... Ja, ich mach mal den Walhai an. Und manchmal... Also es kann auch sein, dass sie quasi ein bisschen psychisch gestört sind oder so. Also es ist wohl, dass in so Tauchgebieten, die sehr hoch frequentiert sind, dass die halt manchmal dann quasi einfach anfangen, Tauch anzugreifen. Also vielleicht auch einfach zurecht, weil sie genervt sind. Hm. Fair enough. Ja. Der sieht sehr klein aus im Vergleich zu dem Tier... Ah ja, jetzt, man kann die Größe machen. Ja. Und können wir Geschlecht bestimmen? Ah ja, genau. Geschlecht bestimmen, warte. Weiß nicht, du bist hier die Meeresbiologin. Weiter, weiter. Wir müssen mal weiter gucken. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man es so besser sehen? Ne, ich glaube, das ist einfach nicht da. So. Wurde nicht animiert. Das ist ein FSK 10 oder 12 Spiel. Achso, man kann es leider nicht erkennen. Da müssten eigentlich dann so zwei Flossen nebeneinander sein, wenn es ein Männchen ist. Was? Ich muss mal googeln. Nochmal beim Riffhai gucken. Vielleicht kann man es beim Riffhai sehen. Achso, genau. Bei den Riffhaien konnten wir es da identifizieren? Weiß ich nicht mehr. Ne. Ne, das ist auch Geschlecht. Ne, wir sind ja... Das ist ja auch nicht in dem... Wir hatten ja den da... Das war das andere Spiel. Ne, aber wir hatten vorhin auch schon einmal die Möglichkeit, mal zu gucken. Ja, aber das war... Und das besser erkennen können. Aber es war ein anderer Hai, oder? Vielleicht. Ja. Ah, hier können wir auch noch... Ah, man kann sie animieren. Ja, aber dann kann ich sie nicht mehr bewegen. Ja. Und ruhen. Gähnen. Ja, das ist Riffhai. Also es kommt immer auf die Hai-Art an, aber die können halt auch rumliegen und schlafen, weil die halt aktiv Wasser durch ihre Kiemen pumpen können. Aber plagische Haie, also die im offenen Meer rumschwimmen, wie weiße Haie zum Beispiel, die müssen immer schwimmen, damit Wasser durch die Kiemen läuft und die Atmen pumpen. Ich glaube, bei den Tümmlern hatten wir auch nicht gesehen, sondern... Warte, war das vielleicht bei denen hier? Genau da hatten wir geguckt. Da sagtest du, das ist ein Männchen. Äh, ein Weibchen. Nee, ich hab... Ja, aber ich... Google lieber nochmal. Ich versuche jetzt gerade hier, die Geschlechtsteil des Wahlheißes zu finden. Ist das nicht so einfach? Ist das nicht in deinem Säugetier-Unterwasser-Bestimmungsbuch mit drin, vielleicht? Nee, da ist nur allgemein der Heil... Also bei den Heilwuchs ist nur, glaube ich, allgemein die Geschlechtsteil und nicht für jede Art. Hm. Bei Dugong sieht man das auch nicht, außer wenn sie sich paaren. Außer dem Video. Ja, also genau, Tierpornos werden kommen. Also nicht Tierpornos, sondern Paarungsvideos, Entschuldigung. Paarungsrituale, sagen wir mal vielleicht, grob gesagt. Was wir von Unterwassertieren bei der Paarung lernen können. Oder auch nicht. Man kann... Dass man Geschlechtsteile schlecht im Internet findet, so weißt, ist es schon gekommen. Ja. Ja, das... Das Problem ist, ich versuche jetzt vor dem Drogen, Geschlechtsteile zu finden und ich irgendwie Sexorgans Ray eingebe, dann kriege ich irgendwie so... So... Ja. Ich will es gar nicht sagen. Ja, bei... Mach doch mal bei Scola. Guck doch mal bei Scola. Ich gucke, ich mache Bildersuche. Ich kriege Röntgenaufnahmen mit... Wo Leute eindeutig sich hinten irgendwas reingesteckt haben. Das ist nicht... Hingu schreibt, freu dich auf die Werbung auf den anderen Seiten dann. Aber kannst du nicht bei... Gibt es bei Scola auch keine... Bildersuche? Ja, weiß ich nicht. Warte mal hier. Ähm... Äh... Bäh? Ja, ich muss... Das muss ich noch mal in Ruhe nachgucken. Auch die Schnelle kriegst du nicht hin. Nee. Nee, nee. Das ist ja... Also... Es ist ja auch ein interessantes, weitreichendes Thema. Da kann man ja eine ganz eigene Folge draus machen. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, äh... Uns wird, äh... Hier Beyond Blue mit, äh... Mira, die... Die sehr viel Ähnlichkeit mit Julia hat. Weil sie hat ein ähnliches Tattoo auf dem anderen Arm. Die Haare sind ganz gut. Die Haare sind ganz gut. Und, äh... Sie kann auch toll tauchen. So wie Julia das auch tut. Ähm... Wird uns Beyond Blue noch eine Weile begleiten. Weil die Grafik ist einfach großartig. Und wir werden beim nächsten Mal auch noch ein bisschen mehr dieses Riff erkunden. Also, die... Die Geschichte, die erzählt wird, finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Dass wir diese Aufträge zu erfüllen haben. Aber ich will auch das nächste Mal noch ein bisschen rumtauchen. Äh... Ja, sie macht das Bett nicht. Das heißt, sie hat sehr, sehr viel gemein mit Julia. Und das hat Julia selbst gesagt. Das ist kein Vorwurf von mir. Ja? Um das ganz klar zu sagen. So, ich halt... Hey, Bett machen ist voll sinnlos. Ich meine, du stehst auf und dann gehst du wieder ins Bett. Warum soll man das machen? Das ist halt verschwemmt. Ja, ich sehe das genau so. Bei mir ist das auch so. Ganz, ganz korrekt. Ich sehe das total ähnlich. Wir, äh... Wir verstehen uns, was das angeht da. Ja, ähm... Was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben, äh... Den nächsten, äh... Plötzlich Wissen-Stream geplant. Für Montag, den 11. Januar im neuen Jahr 2021. Machen wir den nächsten Plötzlich Wissen-Livestream. Wieder mit, äh... Beyond Blue. Und auf jeden Fall werde ich dann... Das Strömungsexperiment machen. Und wir werden ein neues Experiment dabei haben. Und, äh... Ja, und wahrscheinlich wieder News von aktuellen Veröffentlichungen. Und ganz viel über Ozean, Meere und Tauchen reden. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was wir mal machen könnten, äh... Kontaktiert uns. Nicht nur hier im Chat, sondern auch auf Social Media. Ähm... Schreibt uns gerne. Oder kommt auf Discord-Channel und fragt uns was. Und, äh... Und, äh... Wenn wir nicht sofort eine Antwort wissen, dann arbeiten wir das auf. Und, äh... Versuchen, bemühen uns, eine Antwort zu geben. Da haben schon einige lustige Fragen gestellt. Zum Beispiel, warum Meer... Warum Wüstensand nicht zum Bauen beiträgt. Oder können Krebse Krebs bekommen. Sich nicht für Beton eignet. Ah, ja, genau. Ja, warum Wüstensand sich nicht für Beton eignet. Nee, warum nur Meeressand sich für Beton eignet. Genau. Wir haben es jetzt. Ist aber nicht schlimm. Danke. Ja, aber das... Aber das ist wichtig, ne? Ich erzähle Blödsinn und dann werde ich von... Nein, das war nicht deine Frage. Ja. Deswegen weißt du es nicht mehr. Du hast andere Fragen beantwortet. Zum Beispiel... Ob der... Ob Normal Null mit dem steigenden Meeresspiegel neu definiert wird. Und dabei habe ich herausgefunden, dass der... Dass Normal Null sehr, sehr kompliziert definiert ist. In Deutschland unter anderem durch einen goldenen Nagel in einer Kirche im Osnabrücker Land. Ja. Ja. Über zwei Tage oder so oder auch nicht. Ja, genau. Plötzlich... Plötzlichwissen.de, da haben wir solche... So ein Zeug drinstehen. Ja, ansonsten... Was bleibt mir noch zu sagen? Genau. Kommt nach Discord. Die Mutti kommt nach Discord. Lernt was von euren Müttern und Großmüttern. Ja. Immer auf die Oma hören. Ist an Weihnachten und Silvester und was jetzt so kommt bestimmt auch wichtig und gut. Trägt zum Frieden bei. Hört auf eure Mütter und eure Omas. Okay. Ja. Dann herzlichen Dank, dass ihr da wart. Nächster Plötzlichwissen-Stream. 11. Januar. Und ansonsten kontaktiert uns, liest das Zeug von uns und stellt uns Fragen. Wir brennen darauf, über solche Sachen zu quatschen. Und das kann sich ruhig auch um Geschlechtsteile drehen. Dann würde ich sagen... Tieren im Meer. Wir mögen Geschlechtsteile. Ja. Geschlechtsteile von Tieren im Meer. Genau. Danke, Inga. Ja. Genau. Und ihr könnt auch gerne euren Freunden Bescheid sagen, damit noch ein paar mehr Leute vielleicht zu uns finden. Werbung ist immer gut. Ja. Zum Abtauchen im Januar. Genau. Und genau. Sagt es weiter. Weiter unterstützt werden wir von der Robert-Bosch-Stiftung. Das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Herzlichen Dank dafür. Die haben das ermöglicht, dass wir weitermachen können. Und das war es jetzt von uns. Ich mache euch wieder ein paar schöne Tauchbilder an, die Julia eigenhändig gedreht hat. Maria Schieb, dass du uns weiterempfohlen hast. Und Pupsnasen natürlich auch. Die schreibt noch, habt wunderbare Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Das geben wir so zurück. Vielen, vielen Dank an euch. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Schöne Weihnachten. Tschüss. 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 Tschüss.